jetzt schauen wir mal was es wird jetzt wahrscheinlich bei so einem einkauf mal gesehen also ich bin richtig spannend leute das teil habe ich hier vom kaufland normal müsste ich prozente kriegen kaufmann so wie ich hier den laden erwähnen ok hier ist eine dose drin jawohl jetzt habe ich keine dose öffnen in der firma einige werden mich jetzt auslachen aber ja ich glaube man muss einfach ich bin mir nicht sicher aber ich stand was von tränen ok leute einige werden jetzt lachen wahrscheinlich da ist der teig drin moment dass ihr das auf seht ich mache das natürlich jetzt zum ersten mal das stand wenn man drehen das schmeißen hier weg aber er ist jetzt man braucht auch kein so wird es schon besser cool hätte ich jetzt nicht gedacht ich ziehe das gerade noch in jedes eck langweilig euch ja nämlich die sohle die dabei war mache ich jetzt mal hier in so einem besser weil ja ihr wisst ja bei mir ist immer alles total salzen und so und schön scharf deshalb wirklich etwas aber mit vorsicht zu genießen genau dieses turbo scharf ist es wirklich also mit vorsicht zu genießen ich werde noch etwas mehr salz dazu machen und sowas darf ja nicht fehlen beim pizza gewürzmischung was ist da drin so standard sachen oregano basilikum rosmarin thymian bohnenkraut petersilie da habe ich noch was dazu so das verteile ich jetzt schon mal auf jeden fall auf die pizza ich meine von dem gewürz kommt ja später eh noch was drauf das verteile ich jetzt hier und bis gleich ihr seht das habe ich jetzt hier gleichmäßig verteilt jetzt gehe ich an die zutaten da könnt ihr machen wie ihr wollt also von hier von dieser grundbasis sage ich jetzt mal hat eine viertel der pizza 266 kalorien 1,8 gramm fett nur leute 50 kohlenhydrate 10 gramm leute natürlich werde ich das ganze ding wegputzen das sind knapp über 1000 kalorien eine zwiebel das sind jetzt 100 gramm champignons also zwiebel war es 65 leute so 100 gramm paprika das mit dem belägen das könnt ihr ja machen wie ihr wollt ich mag es normalerweise auf einer pizza jetzt nicht so viel belag also nicht so überladen aber ich sage ja immer eh leute wenn ihr so weissmehlprodukte oder sonstiges esst ich sage immer leere kalorien ich sage ja keine schlechten carbs sind einfach leere kalorien weil die keine vitamine keine ballaststoffe haben und dann schaut dass ihr wenigstens wenig äh nicht wenig sondern viel Vitamine Mikronäststoffe und so weiter zuschnitt deshalb tue ich sie mal gut beladen hier so und jetzt kommen noch zwei sachen dazu ich weiß leute dass es schrott ist aber hey ich nehme dann das kleinere übel salami light da haben 100 gramm 6 gramm fett und ich nehme gerade mal 40 gramm also pfff das werde gerade mal so um die drei gramm fett haben leute haue ich jetzt noch drauf so jetzt haue ich hier noch in die lücke etwas kochschinken rein so zack und jetzt kommt einfach nur noch dieser nehmt ihr auch die leitvariante läuft es geht alles mal ein bisschen aufpasst ich zeige euch später den markus und dieser ganzen pizza so und jetzt habe ich da einfach nochmal 50 gramm von dem käse rein ja das ist das schlimmste an den meisten pizzen ja der käse die hauen da übelst viel drauf 50 gramm leute ich bin jetzt so gespannt ah natürlich haben wir hier noch ein paar gewürze drauf nochmal oben drauf und dann kommt es für 15 bis 20 minuten in den backofen vorgeheizt habe ich schon bei 180 grad unluft und backofen macht ihr einfach 200 grad ich haue natürlich anständig drauf endlos schleife ähm leute seht euch das teil an boah ich drehe durch ich habe es jetzt 20 minuten drin gehabt boah das ist der wahnsinn aller 19 gramm fett das ganze teil das ist der wahnsinn leute deshalb was der bauer nicht kennt ist ja nicht heißt es ja immer und das kenne ich und da weiß ich genau was drin ist leute wahnsinn makros gibt es später genauer das ist jetzt so ein viertel vom backblech leute also mal schauen was ich mir jetzt rein habe so so leute dir die pizza 1361 kalorien hier seht ihr nochmal die zutaten 7,2 fett 201 carbs und 48 protein saueasy zu machen leute also wenn es mal schnell gehen muss zack zack damit den teig also richtig coole sache wenn es euch gefallen hat daumen bitte nach oben mit Bis zum nächsten Mal.